Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eugen Denisenko, ich bin halberuflicher Trader und Gründer der Tralgo GmbH. Und in diesem Video geht es darum, wie werde ich überhaupt ein Trader? Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, das ist wahrscheinlich die erste Frage, die sich jeder angehende Trader stellt. Wie soll ich das jetzt überhaupt anstellen? Als allererstes ist ganz, ganz wichtig überhaupt die Bereitschaft. Mit welchen Beweggründen möchtest du überhaupt Trader werden? Geht es dir wirklich nur um das reine Geld, weil du auf Instagram oder auf YouTube irgendwelche Personen siehst, die da irgendwie tausende von Euros in einer Sekunde machen und du das gleiche willst? Oder ist es tatsächlich der Wunsch nach finanzieller Freiheit, Unabhängigkeit, einem potenziellen Berufswechsel? Ja, also wenn du wirklich mit dieser Intention herangehst, jetzt wie im Casino, aber halt mit besseren Vorteilen und Chancen mal eben ein bisschen Geld zu verdienen oder ein bisschen mehr Geld zu verdienen, dann ist das definitiv der falsche Weg für dich. Und das muss wirklich die Leidenschaft sein, die Affinität zu den Finanzmärkten, zu wirtschaftlichen Zusammenhängen, zu solchen komplexeren Geschichten, dass man sich gerne damit auseinandersetzt und vor allem auch die Geduld mitbringt. Das ist letzten Endes kein Ich-werde-schnell-reich-Programm. Also ich gehe da jetzt ran, ich lerne das, ich bezahle mal für ein Coaching 10.000 oder 20.000 Euro. Nächste Woche mache ich die Million. Das gibt es in keinem Traum. Deswegen, wenn du da ran gehst, dann mit einer realistischen Erwartungshaltung. Und die realistische Erwartungshaltung ist die, dass wenn ich das Ganze lernen möchte, muss ich a investieren und zweitens die Zeit haben. Und drittens natürlich auch genug Zeit investieren, Motivation investieren und letzten Endes auch so lange geduldig zu bleiben, bis dann mal die Resultate kommen. Und da gibt es keine pauschale Aussage, dass man sagen kann, okay, nach einem Jahr oder nach sechs Monaten ist es soweit, nach zwei, drei Jahren ist es soweit. Es hängt meist immer von einem selber ab. Aber wenn ich mal zurück an meine Zeit zurückdenke, wie habe ich damals angefangen, dann muss ich sagen, dass es schon mit 16 das Verlangen war, etwas Selbstständiges, Eigenständiges zu machen. Ich eine hohe Affinität zur Technik bereits damals hatte. Ich habe relativ früh angefangen zu programmieren, sprich Computer oder grundsätzlich Geld verdienen am Computer war ein Traum, wenn man da die Möglichkeit hat. Und an der Börse ist es ja so, seitdem die Börsen elektronisch zur Verfügung gestellt wurden für jeden Privathändler, ist es ja de facto auch möglich, ortsunabhängig nur mit einer Internetleitung und einem Laptop von überall aus auf der Welt Geld zu verdienen. Und so leicht es auch klingt, steckt natürlich sehr, sehr viel Vorbereitung und Arbeit dahinter. Bei mir war das Ganze so, dass ich geglaubt habe, ich kriege das alleine hin, durch Communities, durch Blogs, durch kostenlose Ausbildungen oder ein kostenloser Wissenstransfer von YouTubern, viele interessante Videos gesehen, die aber meist nicht zielführend sind, weil das meist selber Personen sind, die nicht profitabel sind, b, man für gutes Wissen immer Geld bezahlen muss, weil natürlich die Person, die das zur Verfügung stellt, natürlich nichts davon hat, wenn sie die einfach nur freie Schnauze hat, das erzählt. Es gibt solche YouTuber bzw. Trader, die tatsächlich sehr wertvolle Informationen bereitstellen, aber jetzt auch keine richtig komplexe Ausbildung, wo dir von Schritt zu Schritt erklärt wird, wie du das Ganze anstellen sollst. Also rechne mal damit, dass du höchstwahrscheinlich definitiv eine Ausbildung machen musst. Und bei mir war das so, dass ich tatsächlich das auf eigene Faust gemacht habe. Ich musste durch Learnings verstehen und lernen, dass es definitiv nicht der richtige Weg ist, das eigenständig zu machen. Ich habe mit Forex und CFDs angefangen. Und ich muss sagen, es war definitiv ein Vorteil, dass ich bereits mit Forex, CFDs und binären Optionen angefangen habe. Bei den binären Optionen hatte ich auch tatsächlich einige Positivresultate. Aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass ich damit jetzt eine fundierte Ausbildung hatte bzw. einen fundierten Stand hatte, dass ich jetzt konstant Gewinne erzielen kann. Das war nicht der Fall. Sondern ich musste etwas finden, was mir einen wesentlichen Vorteil verschafft. Und damals bin ich dann auf das sogenannte Volumen- und Orderflow-Trading gekommen. Ich bin nach wie vor der Meinung und der festen Überzeugung, weil ich das beste Beispiel dafür bin, dass das einer der Trading-Stile ist, womit man definitiv einen wesentlichen Informationsvorteil hat, den man auch gut nutzen kann. Volumen-Trading an sich ist nicht der heilige Gral. Es ist nicht die Glaskugel, die magische Glaskugel, die einem alles verrät, die einen zum Multimilliardär macht. Aber wenn man diese Tools, diese Möglichkeiten, diese Informationen richtig nutzt, dann hat man einen wesentlichen Vorteil gegenüber den meisten anderen Tradern. So, und auf diesen Punkt bin ich dann gekommen. Leider gab es dazu auch absolut keine kostenlosen Informationen im Internet. Das meiste war auch englischsprachig. Bis ich dann jemanden gefunden habe, der mir grob erklärt hat, was denn überhaupt die sogenannten Level-2-Daten sind, und ja, was ein Volumen-Profil ist. Und mit diesen Werkzeugen habe ich dann angefangen, Stück für Stück mich ranzutasten. Und mit diesen Werkzeugen habe ich es dann auch geschafft, tatsächlich größtenteils eigenständig, wenn ich so komplett eigenständig, meine Analyse, meinen Analysestil zu entwickeln und letzten Endes auch die Setups. Aber ich musste erst auf diesen Punkt gebracht werden, geh in die Richtung, ja, und beiß dich da rein, zieh das durch, zerleg das, ja, research, investiere sehr viel Zeit jetzt mit dieser einen Sache. Also die Fokussierung ist da sehr, sehr wichtig und nicht die zu schnelle Aufgabe, ja. Also es gibt jetzt auch weit vom Volumen-Trading fern viele andere Dinge, die ich definitiv zum Erfolg bringen können im Trading. Nur muss es bereits jemand bewiesen haben, dass es damit möglich ist. Und B, im Optimalfall hilft dir diese Person auch oder bringt dich halt auf die richtige Spur. Und C, du musst einfach die Geduld haben, diese eine Sache richtig durchzuziehen. Wie viele Leute kennst du, die damit anfangen, nach einer Woche sagen, ah, scheiße, funktioniert nicht, ich versuche das, ich versuche Plan C, Plan D und am Ende hättest du dich mit Plan A weitgehend beschäftigt, hätte es auch funktioniert. Deswegen, sei diszipliniert, beiß dich in ein Thema rein, innerhalb dieses ganzen Trading-Universums und dann mach es einfach richtig. Und dann ist natürlich die Frage, das, was du machst, führt dich das denn jetzt letzten Endes zum Ziel? Ist es zielführend und wer oder wie kann ich das bestätigen? Und dann geht es halt auch schon relativ schnell in das sogenannte Demo-Trading, das simulierte Trading, wo du natürlich noch nicht dein eigenes Kapital riskierst, sondern dich erstmal unter Beweis stellst, das Ganze erprobst. Und wenn du über einen Zeitraum, wir reden hier von mindestens drei bis sechs Monaten, die du mal wirklich intensiv in eine solche Testphase stecken solltest, herausfindest, dass das definitiv im Optimalfall geglückt ist und auch gut funktioniert, du dann den Umstieg auf das Fremd- oder Eigenkapital machst und dann auch versuchst, mit diesen Ansätzen, die du jetzt die letzten drei, sechs Monate erfolgreich erprobt hast, auch in deinem Eigenkapital bzw. in deinem Echtgeldkonto zu realisieren. So im Ganzen und Groben. Aber ich kann dir vorab sagen, es gibt viele, viele Schaumschläger, es gibt viele selbsternannte Investmentbanker, die der Meinung sind, dass ihre Theorie andere profitabel macht, sie selber aber nicht profitabel handeln. Und da sind sehr, sehr viele Fallen, auf die du rein theoretisch reinfallen kannst. Sei sehr vorsichtig, wenn du mit dem Trading anfängst. Hinterfrage sehr viel, bestätige dich zweimal, dreimal. Und vor allem, wenn du tatsächlich dann den Schritt wagst, bei einer Person viel Geld zu investieren, um ein gewisses Paket an Wissen zu lernen, dann stelle auch sicher, dass das Wissen, was dir vermittelt wird, auch bereits von dieser Person bestätigt ist, verifiziert ist und diese Person auch mit dem gleichen Wissen erfolgreich handeln kann. Denn zu 98% der Fälle ist das leider nicht der Fall. Und nach ein, zwei, drei Jahren muss man feststellen, dass man immer noch keinen einzigen Schritt vorangekommen ist. Soviel zum groben Thema, wie werde ich überhaupt ein Trader? Hab die Affinität dazu, hab das Verlangen und die Leidenschaft dazu, dich in dieses Thema reinzuknien. Hab dann die letzten Endes die richtigen Informationen, mit denen du dann halt in diese Thematik reinsteigst, die du verarbeitest und mit denen du dann auch in der Praxis dann fußfest und dann geht es halt in das Erproben mit einem Demokonto und nach dieser Probephase, nach Ausbesserung, nach dem Feinschliff, auch im Research, geht es dann letzten Endes in das Fremd- oder Eigenkapital und dann an das tatsächliche Geld verdienen oder Geld verlieren, wenn du dann doch auf der falschen Fährte bist. Wenn du Interesse an meinem Handelssystem bist, ich poste Tag für Tag meine Ergebnisse auf Instagram, falls du mir noch folgst, abonniere mich gerne und genau dieses Wissen stelle ich bereit an potenzielle Trader oder die, die es gerne werden möchten, die gerne einen Richtungswechsel vornehmen möchten, weil es bis jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen ist, die haben jetzt noch die Möglichkeit, bei der Tralgo ein Klient zu werden, denn so in der Form, wie wir es jetzt haben, mit Live-Tradings, mit einer Intensivbetreuung, wird es in Zukunft nicht mehr geben, denn ich werde mich auf unseren kleinen Kreis fokussieren und unsere Klienten dann dementsprechend auch viel intensiver betreuen. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich demnächst, so wie wir es jetzt haben, nicht mehr verkauft bzw. nicht mehr möglich sein und die Möglichkeit an einer solchen Intensiven Betreuung nur noch jetzt für kurze Zeit möglich ist. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Falls du Fragen hast, dann schreib es doch gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!